Salü, bienvenue mis ami. Hier ist cooles Filmbett im Rampenlicht. Heute möchte ich auf das Leben zweier Künstler eingehen, welche mittlerweile vielen leider gar nicht mehr bekannt sind, deren Lebensgeschichte jedoch so interessant ist, dass ich euch diese gerne näher bringen möchte. Warum ich in dieser Folge sowohl einer als auch Gerda Wegner in einem Atemzug nenne, kommt daher, weil beides zu Lebzeiten sowohl beruflich als auch privat eine enge Bindung zueinander hatten und die Lebenswege beider Menschen durch ihre gemeinsame Historie eng verwoben und geprägt waren. Einer Morgens, Andreas Wegner, war ein Anfang des 20. Jahrhunderts sehr bekannter dänischer Landschaftswaler, der am 28. Dezember 1882 in Weile, Dänemark, das Licht der Welt erblickte, wobei einige Quellen auch 1886 als sein Gebot sie nennen und beispielsweise laut der Magnus-Hirschfeld-Stiftung als Tag der Geburt der 18. Dezember angegeben wird. Über seine familiären Hintergründe an sich ist bedauerlicherweise nicht sehr viel bekannt, doch soll er als jüngstes von vier Kindern eines Kaufmanns geboren worden sein und seine Familie, väterlicherseits, aus Spanien, Mallorca stammen. Seine Großeltern zogen dann nach Jütland, Dänemark. Zunächst absolvierte er an der Technischen Schule in Weile eine Ausbildung als Maler, ging dann 1902 jedoch nach Kopenhagen, um dort an der Königlich-Dänischen Kunstakademie zu studieren, wobei er sich neben der soeben angesprochenen Landschaftsmalerei auch auf Architekturmalerei spezialisierte. Auf dieser Kunstakademie lernte er dann seine Kommilitonen und spätere Ehefrau Gerda Gottlieb kennen, welche auf dem Gebiet der Illustration und Modegrafik studierte. Sie verliebten sich ineinander und heirateten 1904. Jetzt kann man natürlich fragen, ja und was ist nun so Besonderes an diesen beiden Leuten? Das Besondere an Einer Wegener war, dass er vermutlich einer der ersten intersexuellen Menschen war, obgleich dieser Aspekt auf Spekulationen beruht und somit umstritten ist. Allerdings sollen einige Berichte darauf hinweisen, dass er bereits rudimentäre, sprich in Ansätzen vorhandene Eierstöcke im Unterleib aufzuweisen hatte und zudem das Kleene-Felter-Syndrom, was eine Chronosomen-Anomalie bedeutet. Zudem wurde er bereits als kleines Kind oft mit einem Mädchen verwechselt, da er eine sehr helle Haut und lange blonde Locken hatte und noch dazu später in der Schule körperlich weniger weiterentwickelt war als seine männlichen Altersgenossen, der sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog, als die medizinische Forschung gerade damit begann, die Möglichkeiten einer solchen zu erproben. Allerdings bin ich bei meinen Recherchen zu den Wegeners noch auf eine andere Person gestoßen, die scheinbar noch vor einer Wegener eine solche Operation durchführen ließ. Doch dazu etwas später mehr. Konzentrieren wir uns nun erst einmal auf den Lebensweg von einer Wegener und seiner Frau Gerda, welcher ebenfalls nachgesagt wird, dass auch sie zumindest bisexuelle Neigungen hatte. Um als Künstler ihren Wirkungskreis deutlich erweitern zu können, entschieden sie sich 1912 dazu, nach Paris zu gehen, um dort zu leben und zu arbeiten. Zumal Paris zu jener Zeit sehr modern und fortgeschritten war, wenn es darum ging, frei und ungezwungen leben zu können, sodass es einer und Gerda Wegener zudem möglich war, ihre geschlechtsorientierenden Neigungen zumindest freier ausleben zu können, als es in anderen Ländern und Städten jener Zeit möglich war. Um ca. 1913 wurde bekannt, dass für Gerda Wegeners modische Kostüm- und Modeentwürfe ein phänotypischer Mann Modell gesessen hatte, der sich Lili Elbe nannte. Zu diesem Zeitpunkt wussten nur die engsten Vertrauten beider, dass der Name Lili Elbe identisch mit Einer Wegener war. In der Öffentlichkeit wurde Lili Elbe daher von Gerda Wegener als Schwester von Einer Wegener vorgestellt. Ab den 1920er Jahren trat dieser regelmäßig auch in der Öffentlichkeit als Lili Elbe auf, so z.B. bei Festlichkeiten, wo sie in ihrem Haus auch Gäste bewirtete. Ab diesem Moment hörte sie auch zu malen auf, da die Pinselführung des Einer Wegener so prägnant war, sodass somit ein Leben als Malerin Lili Elbe nicht gegeben war. 1930 entschloss sich Elbe dazu, eine körperliche Anpassung zu ihrem geführten Geschlecht zu vollziehen, woraufhin sie noch im selben Jahr auf Anweisung von Kurt Warenkross nach Berlin ging, denn das dortige Institut für Sexualwissenschaft unter Leitung von Magnus Hirschfeld war eines der ersten seiner Art, welches dementsprechende geschlechtsangleichende Operationen durchführte in jener Zeit. Lili's erste Operation fand letztlich in einer Berliner Praxis statt, bei der ihr von Dr. Erwin Gorband unter der Leitung von Magnus Hirschfeld die Hoden entfernt wurden. Danach führte sie ihr Weg weiter nach Dresden, wo Kurt Warenkross am 26. Mai 1930 eine zweite Operation bei Lili Elbe durchführte, wobei er ein Eierstock in die Bauchmuskulatur implantiert wurde. Auch für alle folgenden Eingriffe zeigte sich Warenkross verantwortlich. So beispielsweise wurden bei der dritten Operation die männlichen Genitalien entfernt. Aufgrund dieser geschlechtsangleichenden Operationen, welche zu diesem Zeitpunkt sowohl in den dänischen als auch deutschen Zeitungen eine Sensation darstellten, wurde die Ehe von Einer und Gerda Wegener, letztlich vom dänischen König Christian X., im Oktober 1930 annulliert, da es zur damaligen Zeit undenkbar war, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe leben zu können. Allerdings gibt es, anderen Quellen zufolge, keine Beweise dafür, dass diese Annullierung vom König persönlich vorgenommen wurde. Doch somit konnte Lili Elbe daraufhin legal ihr neues Geschlecht und auch ihre Namen ändern lassen. Inklusive wurden anpassend die Änderungen in ihrem Ausweis vorgenommen, welcher ab sofort auf Lili Ilse Elvenis lautete. Nach diesen Ereignissen ging Lili Elbe erneut nach Dresden, wo sie auf dem französischen Kunsthändler Claude Léjeune traf und mit ihm eine Beziehung begann. Der Wunsch in ihr, Léjeune zu heiraten und mit ihm Kinder bekommen zu können, verstärkte sich daraufhin immer mehr, so dass sie sich 1931 einer vierten Operation bei Kurt Warenkross unterzog, der ihr zum einen eine Gebärmutter verpflanzte und zum anderen einen Vaginalkanal baute. Wobei ich nun auf Doa Richter zu sprechen kommen möchte, bei welcher Dr. Erwin Gorbant bereits wenige Wochen vor Lili Elbe eben genau diesen Eingriff vorgenommen hatte. Doa Richter, besser bekannt als Dorchen Richter, wurde 1891 als Kind einer armen Bauernfamilie geboren und gilt als erste namentlich bekannte Person, die sich einer kompletten geschlechtsangleichenden Operation inklusive eben angesprochener Vaginalplastik unterzog. Auch sie war, ebenso wie Lili Elbe, ursprünglich ein Mann und begab sich zweckdessen in die Obhut von Magnus Hirschfeld. Zuvor hieß sie wohl mit Vornamen Rudolf und zeigte schon ab dem frühesten Kindesalter Interesse für alles Mädchenhafte. Das ging sogar so weit, dass sie versuchte, sich, als sie sechs Jahre alt war, mit einem Tonickel ihr Genital zu entfernen. Aufgrund der damaligen Zeit und deren damals sehr strengen Gesetze war sie dazu geswungen, im wahrsten Sinne des Wortes ein Doppelleben zu führen. Dennoch versuchte sie, so gut es ihr nur möglich war, als Frau zu leben, indem sie beispielsweise Frauenkleidung trug und sich ihren weiblichen Vornamen Dora verlieh. In Sommersaisons arbeitete sie in Berliner Hotels unter ihrem männlichen Namen als Kellner. Den Rest des Jahres über lebte sie jedoch als Frau. Dies führte recht häufig dazu, dass sie aufgrund ihrer Neigung, und da man sie oft in Frauenkleidern antraf, inhaftierte. Ihre, in Anführungszeichen, Strafe, musste sie jeweils in Männergefängnissen absitzen. Doch irgendwann erbarmte sich ihrer ein Richter und entließ sie in den Obhut von eben angesprochenen Magnus Hirschfeld. Und damals war es ja so, dass Anfang des 20. Jahrhunderts es schier unmöglich war, in einer solchen Situation irgendwo auch nur irgendeine Anstellung zu finden. Daher stellte Hirschfeld Dora Richter neben einigen anderen in ihrer Lage in seinem Institut für Sexualforschung als Hausangestellte an. Dort ging es ihr wohl wirklich gut, konnte sich frei entfalten, zumal Magnus Hirschfeld für sie eine polizeiliche Erlaubnis erwirkt hatte, dass sie Frauenkleider tragen durfte und entschloss sich 1922 schließlich dazu, bei sich eine Orchektomie durchführen zu lassen. Also das bedeutet zu Deutsch, dass die männlichen Keimdrüsen entfernt werden. Diese Geschlechtsumwandlung von Dora Richter wurde von Felix Abraham, der zu der Zeit am Institut für Sexualforschung als Psychiater tätig war, als Fallstudie veröffentlicht. Hier mal ein Zitat daraus. Die Kastration hat sich, wenn auch nicht weitgehend, so ausgewirkt, dass der Körper voller wurde, der Bart wuchs, nachließ, Brustansatz sich bemerkbar machte und auch das Fettpolster des Beckens weibliche Reformen annahm. Zitat Ende. Daraufhin erfolgte bei ihr im Juni 1931 auch noch eine Penektomie, also die Entfernung des männlichen Geschlechtszeits, durch Ludwig Levi-Lenz und Felix Abraham, wobei der Berliner Chirurg Erwin Gorband eine künstliche Vagina kreierte. Somit kann also gut nachverzogen werden, dass es Dora Richter war, die als erste namentlich erwähnte Person noch vor Lillie Elbe eine solche echte Vaginalplastik erhielt. Lillie Elbe unterzog sich also dann nach Dora Richter ihrer vierten Operation, wobei einige Quellen auch von insgesamt fünf Operationen sprechen. Fakt ist jedoch, dass Lillie Elbe aufgrund von Komplikationen ihrer letzten Operation 1931, bei welcher ihr sowohl eine Gebärmutter eingepflanzt, als eben auch dieser angesprochene Vaginalkanal gebaut wurde, einige Wochen später, am 12. September 1931, einige Quellen nennen auch den 13. September 1931, in Dresden an Herzversagen verstarb. Zumindest wird dies von einigen Quellen so beschrieben, wobei angenommen wird, dass das Gebärmuttertransplantat von ihrem Körper abgestoßen wurde. Was auch nahe liegt, besonders wenn man bedenkt, dass geschlechtsangleichende Operationen zu dieser Zeit noch völliges Neuland waren. Man versuchte zwar nach der Abschlussung noch eine chirurgische Revision, welche wohl jedoch eine Infektion bei Lillie Elbe auslöste. Laut der Magnus-Hirschfeld-Stiftung wird allerdings darauf hingewiesen, dass es heutzutage sehr umstritten ist, ob es sich dabei tatsächlich um eine Gebärmuttertransplantation oder aber doch eher um eine Scheidenplastik gehandelt hat. Und auch was Elbes Todesursache angeht, wird von der Hirschfeldstiftung etwas anderes angegeben. Jedoch darauf verwiesen, dass nicht sehr viele Aufzeichnungen von Lillie Elbe erhalten geblieben sind. Allerdings soll es einen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1933 geben, die Gebotenregnung, in welchem wohl auf Seite 33 Krebs als Todesursache genannt wurde. Dennoch wird auf der Internetseite der Magnus-Hirschfeld-Stiftung ebenso auf eine Lähmung von Lillie Elbes Herzens hingedeutet. Sicherlich fragen sich jetzt bereits einige von euch, warum in diesem Fall alles so unklar und nicht bestimmend zu benennen ist. Und ihr habt recht. Nur müsst ihr bedenken, dass wir hier von einer ganz anderen Zeit sprechen, in der es eben leider auch Krieg gab. Und das ist eben der Knackpunkt bei der Sache. Durch diesen sind aus der Frauenklinik Dresden jegliche Aufzeichnungen über den Verlauf im Puncto Lillie Elbe verschwunden, wodurch es selbstverständlich nahezu unmöglich ist, heute noch eine wirklich aussagekräftige Rekonstruierung der tatsächlichen Umstände zu forcieren. Und das Traurige dabei ist zudem, dass nicht einmal Elbes Sterbeukunde mehr Anhaltspunkte über ihr Schicksalpreis gibt. Dennoch und gerade deshalb möchte ich euch hier auf cooles Filmwirt im Rampenlicht wenigstens das präsentieren, was ich diesbezüglich noch in Erfahrung bringen konnte. Ich verlinke euch selbstverständlich auch wieder alle Links, damit ihr bei Bedarf später auch noch einmal selbst alles nachlesen könnt. Kurz möchte ich noch bei der Magnus Hirschfeld Stiftung bleiben. Denn schon bei meiner Recherche zu Lillie Elbe wurde mir klar, dass man wohl die besten Informationen über eben diese noch verbliebenen Spuren von dort bis hin kann. Laut Hirschfeld Stiftung soll Elbe im Sommer 1929 regelmäßig von starken Schmerzen im Unterleib geklagt haben, sodass sie einer Freundin letztlich den Tipp gab, bei dem Gynäkologen Kurt Warenkross vorstellig zu werden. Diesen traf sie dann in einem Pariser Hotel. Es fand eine kurze Anamnese statt, sowie eine Palpation. Das bedeutet also eine Betastung der Region, in welcher sie über Schmerzen klagte. Die Diagnose, welche er daraufhin stellte, behielt er jedoch für sich. Riet Lillie Elbe jedoch dazu, sobald als möglich nach Berlin zu reisen, um dort Dr. Magnus Hirschfeld zu treffen, um daraufhin dann nach Dresden weiterzureisen. Doch erst im Februar 1930 entschloss sich Lillie Elbe dann tatsächlich dazu, dem Rat von Dr. Warenkross nachzukommen. In Berlin angekommen, wird angenommen, dass es sich vermutlich um Dr. Felix Abraham handelte, der für seinen Kollegen Warenkross eine erste Begutachtung vornahm. Dabei erstellte er auch ein Blutbild von Lillie. Am darauf folgenden Tag traf diese dann zum ersten Mal auf Magnus Hirschfeld und musste kurze Zeit später einen Fragebogen ausfüllen. Im Gespräch danach teilte Hirschfeld ihr mit, dass er sie nur in die Dresdner Frauenklinik überweisen könnte, wenn in Berlin bereits eine erste Operation stattgefunden hätte. Warum ich soeben Frauen so sehr betont habe, kommt daher, da Hirschfeld diesen Wortteil in Anbetracht auf Lillies äußeres Erscheinungsbild damals so betont haben soll. Und wenn ihr euch nun fragt, welche erste Operation Hirschfeld genau damit meinte, so kann laut Magnus Hirschfeld Stiftung als sicher angenommen werden, dass er damit die vorhin schon angesprochene Orchektomie gemeint hatte. Offen ist hingegen jedoch die Durchführung einer Penektomie, da Details der Operation nicht genau thematisiert werden. Da die Blutbildergebnisse am Tag der Ankunft von Lillie Elbe eindeutig weiblich ausgefallen waren, wurde am dritten Tag ihrer Anwesenheit noch ein weiteres Blutbild gemacht, um sicherstellen zu können, dass es sich bei den Ergebnissen um keinen Irrtum handelte. Die erste eben angesprochene Operation fand dann wohl am 5. März 1930 in einer Berliner Praxis statt. Höchstwahrscheinlich kommt Dr. Ludwig Levi-Lenz, Gebiet Gynäkologie und Kosmetische Medizin für diesen Eingriff in Frage, da dieser seine Praxis am dortigen Rosenthaler Platz hatte. Ebenfalls soll bei diesem Eingriff sowohl Dr. Magnus Hirschfeld sowie ein Assistent von Dr. Kurt Wallencross zugegen gewesen sein. Nach dieser Operation veränderte sich Lillie zum Erstaunen aller, merklich. Ihre Stimme wurde heller, klarer, nahe zu einem Sopran gleich. Ihre Gesichtszüge wurden weiblicher und selbst vom Personal wurde sie als Frau wahrgenommen. Da diese erste Operation nun verzogen war, konnte Lillie Elbe nun wirklich nach Dresden in die Frauenklinik reisen, doch freilich wurde dort nicht sofort die nächste Operation gestartet, da sie sich zuvor erst noch von der ersten erholen musste, einschließlich der Heilung des zurückliegenden Eingriffs. Daher konnte die zweite Operation, welche geschlechtsangleichend war, erst am 26. Mai 1930, durchgeführt von Kurt Wallencross, stattfinden. Dabei ist sicher, dass er ihr weibliche Gonaden, sprich Keimdrüsen, transplantierte. Weitere Details zu diesem Eingriff werden leider nicht genannt und sind laut Magnus Hirschfeld-Stiftung bedauerlicherweise auch nicht mehr rekonstruierbar. Lillie Elbe wurde dann zwei Monate später im Juli 1930 gesund aus dem Spital entlassen und reiste mit Gerda Wegner nach Kopenhagen, einfach, um mit ihren Freunden aus der Kunstszene beisammen zu sein und sich von den Strapazen der zurückliegenden Zeit zu erholen. Zudem entschloss sie sich dazu, ihre Geschlechtsumwandlung öffentlich zu machen. Ein diesbezüglicher Artikel erschien daher in der Zeitung Politiken, welcher von einer Journalistin Freundin verfasst worden war. Nun hatte ich euch ja aber schon vorhin erzählt, dass in Lillie immer mehr der Wunsch reifte, eines Tages auch eine wirkliche Mutter werden zu können. Aus diesem Grunde entschloss sie sich abermals, am 14. Juni 1931 noch einmal nach Dresden zu reisen und dafür eine dementsprechende Operation vornehmen zu lassen, von der Kurt Warenkross jedoch nicht überzeugt und begeistert war. Allerdings willigte er nach einer weiteren Untersuchung von Lillie Elbe letztlich doch zu einer solchen ein, sodass sie am 17. Juni 1931 vermutlich eine Transplantation einer Gebärmutter erfuhr. Jedoch klagte sie nach diesem Eingriff zunehmend über Schmerzen, empfand ein Gefühl der Schwäche nebst Ohnmachsamfällen und selbst Todessehnsucht ergriff sie. Anfang September 1931 schrieb sie dann einen letzten Brief, der da lautete, Zitat Jetzt weiß ich, dass der Tod kommt. Ich habe heute Nacht vor Mutter geträumt. Sie nahm mich in ihre Arme. Sie sagte Lillie zu mir. Und Vater war auch dabei. Zitat Ende Nur wenige Tage später, nachdem sie diesen Brief verfasst hatte, verstarb Lillie Elbe am 12. September 1931 im Kreise ihrer Familie in Dresden. Einige Tage später wurde sie auf dem Dresdner Trinitatesfriedhof beigesetzt. Doch ihr Grab wurde 1960 eingeebnet. Allerdings wurde im April 2016 ein neuer Grabstein für Lillie Elbe eingeweiht, welcher von der Produktionsfirma Focus Features finanziert wurde, welche den Filmen zu Elbes und Wegners Leben The Danish Girl produzierten und den ich euch in meiner nächsten Filmrezension genauer vorstellen werde. Wer sich von euch gerne einen kleinen Eindruck über die 2016 stattgefundene Einweihung bezüglich des neuen Grabsteins für Lillie Elbe verschaffen möchte, sieht nun hier einen Link in der oberen rechten Ecke meines Videos, welcher euch auf ein diesbezügliches Video weiterleitet. Wer bisher meinem Vortrag aufmerksam gefolgt ist, dem wird aufgefallen sein, dass, wenn man die operativen Eingriffe nun nachsieht, man anhand des eben nachvollzogenen Verlaufs der Geschehnisse letztlich doch nur auf drei Operationen kommen würde. Wiederum sprechen alle anderen Quellen zumindest jedenfalls immer von vier solcher, manche sogar von fünf. Ich habe dann im Zuge meiner Recherche wirklich mehrmals nachgerechnet, auf wie viele operative Eingriffe auf der Internetseite der Markus Hirschfeld Stiftung explizit eingegangen wird. Wahrlich sind es immer nur drei. Daher nehme ich persönlich sehr stark an, dass, nachdem Elbe über die eben angesprochenen starken Schmerzen nach der dritten Operation klagte, eine vorhin schon kurz angesprochene chirurgische Revision durchgeführt wurde. Auch wenn diese keinerlei Erwähnung auf der Internetseite der Markus Hirschfeld Stiftung findet, was doch sehr verwunderlich ist, so dass es dann doch wiederum insgesamt auf vier Operationen hinauslaufen würde. Wie dem letztendlich jedoch auch sei. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Lili Elbe in ihrer Dresdner Zeit einen Bericht über ihr Leben verfasst hat. Framantil Quinde, zu Deutsch, von Mann zu Frau. Bevor dieses Buch 1932 auf Deutsch übersetzt und in Dresden veröffentlicht wurde, erschien es zunächst 1931 in dänischer Sprache. Selbst in London wurde es herausgegeben, und zwar 1933, wobei man dabei die deutsche Fassung ins Englisch übersetzt hatte. Heutzutage ist dieses Buch nahezu vergriffen, obwohl es 2004 zu einer weiteren Auflage in englischer Sprache kam, nachdem es auch nochmals zuvor 1954 unter dem deutschen Titel Wanderung eine Lebensbeichte erschienen war. Lili Elbe hatte sich bezüglich ihres Lebensberichts noch am 5. Juni 1931 gewünscht, dass, sollte sie die letzte Operation nicht überleben, ihr Buch mit den Worten von Hans Jäger ausklingen möge. Welche da waren? Zitat Ich wollte, dass, wenn ich selber nicht mehr bin, mein tristes Liebesbuch meine Hinterlassenschaft sein würde, als ein Zeugnis, das ich einmal gelebt. Ich bede mir ein, dass dieses Buch gelesen werden würde, gelesen wie wenige Bücher, von allen, die unglücklich lieben, denen es in die Hände fallen würde, durch Jahre und Aberjahre. Und mir ist, als könnte ich allen von ihnen die Hand rücken. Und danach habe ich ein so unsagbares Verlangen, ja das ist eigentlich das einzige Verlangen, das ich habe, wenn ich es allem Lebewohl sagen muss. Oh, sie ahnen nicht, was für eine letzte Genugtuung dies für mich sein würde. Hans Jäger in Lüdie Elbe Zitat Ende Zeitleben spielte für Lüdie Elbe Gerda Wegener, welche am 15. März 1886, manche Quellen nennen auch 1885 als Geburtsjahr, als Gerda Marie Friederike Gottlieb in Hamelow, Grena, Dänemark geboren wurde, eine unglaublich große Rolle. Diese wuchs als konservativ erzogene Fahrerstochter eines landgeistlichen, hugonotischer Herkunft. Die Familie soll im 18. Jahrhundert nach Dänemark ausgewandert sein, in Hobro, Nordschleswig auf. Als junge Frau ging sie dann 1902 nach Kopenhagen, um sich an der gerade neu eröffneten Frauenhochschule, der königlich-dänischen Kunstakademie, ausbilden zu lassen. Wie ihr bereits wisst, traf sie dort dann auf einer Wegener, welche an der angrenzenden Hochschule studierte, beide verliebten sich ineinander und heirateten schließlich 1904. In jenem Jahr soll laut Biography kommen, auch bereits etwas von ihr Schaffen in der Schalloppenburg Art Gallery, der offiziellen Ausstellungsgalerie der königlich-dänischen Kunstakademie, gezeigt worden sein. Allerdings noch ohne großen Erfolg. Nachdem sie jedoch einen Zeichenwettbewerb der dänischen Zeitung Politikerin gewonnen hatte, fanden ab 1907 ihre Arbeiten mehr und mehr Beachtung. Als sich 1912 beide dazu entschlossen, nach Paris zu gehen, war sie dort in ihrem Beruf als Malerin und Illustratorin für Zeitschriften wie zum Beispiel unter anderem Vogue, La Vie Parisienne, Fantasio, Le Rire und La Bayonette tätig. Darüber hinaus entwarf sie Glasmosaiken für Geschäfte und Häuser wohlhabender Familien. Und da sie zu dieser Zeit als Künstlerin damals sehr erfolgreich war, obwohl die Leute stets sagten, Einer Wegener wäre noch viel begabter als sie, konnte sie es sich sogar regelmäßig erlauben. In der Kopenhagener Galerie Ole Haslund auszustellen. Des Weiteren gewann sie im Jahre 1925 zwei Gold- und eine Bronzemedaille bei der Weltausstellung in Paris. Generell waren für Gerda Wegener hauptsächlich Frauen das Motiv ihrer Bilder. Besonders bevorzugte sie dabei Gasson, sprich den androgynen Frauentyp, glamouröse Diven sowie sinnliche und starke Frauen im Stil des Art Décor. Verkleidungen, das Spiel mit Identitäten, Masken, Feste und Theater waren ihre Hauptthemen. Und wie ich ja schon vorhin angesprochen hatte, unterstützte Einer Wegener seine Frau, wo er nur konnte, in ihren Bemühungen, sich in der Kunstszene zu etablieren. Was dann halt so weit ging, dass er sogar Modell für sie saß, nachdem ein weibliches Modell einen Termin bei Gerda Wegener nicht einhalten konnte. Ab diesem Moment war Lillie Elbe für Gerda quasi das bevorzugte Bildmotiv. Sie war es auch, die Lillie Elbe in der Zeit ihrer Geschlechtsumwandlung ungebrochen unterstützte und an ihrer Seite stand, auch nachdem die Ehe beider annulliert werden musste. Kurz vor dem Ableben von Lillie Elbe heiratete Gerda Wegener 1931 einen elf Jahre jüngeren Italiener, Major Fernando Porta, welcher Offizier, Pilot und Diplomat war. Mit ihm ging sie dann nach Marrakesch und später nach Casablanca, wo sie einige Zeit später zutiefst getroffen vom Tod Lillies erfuhr, als sie in Marokko war. Auch dort versuchte sie sich als Künstlerin einen Namen zu machen, was jedoch erfolglos blieb. Nur wenige Jahre später, 1936, scheiterte die Ehe mit Porta und Gerda kehrte wohl 1938 nach Kopenhagen zurück, wo sie laut Papillon Gallery in einer kleinen Mietwohnung gelebt und zu trinken begonnen haben soll. Im darauf folgenden Jahr, 1939, stellte sie ein letztes Mal jedoch ohne großen Erfolg aus, was wohl auch daran gelegen haben mag, dass der Kunststil, den sie für sich hatte, mittlerweile nicht mehr gefragt war. Daher war sie beispielsweise dazu gespungen, billige, handgemalte Weihnachtskarten zu verkaufen. Schließlich verstarb sie verarmt und allein am 28. Juli 1940 in Fredericksberg, Kopenhagen an einem Herzinfarkt. Zum Zeitpunkt ihres Todes stand nur ein kleiner Hinweis in der Zeitung und der Nachlass wurde an den Meistbietenden versteigert. Beerdigt wurde Gerda Wegner auf dem Solberg Park Cemetery. Für lange Zeit war sie tatsächlich so gut wie vergessen. Selbst in ihrer Heimat soll es über 75 Jahre keinerlei Ausstellungen zu ihren Werken gegeben haben. Doch mit der Zeit, als man sich für sexuelle Befreiung, Feminismus und Gender zu interessieren begann, erinnerte man sich ihrer wieder Zusehens. Besonders ihre erotischen Werke waren dabei gefragt, welche zu ihrer Zeit noch für Empörungen und Fumulte gesorgt hatten. Und heutzutage ist es so, dass ihre Arbeiten bei Auktionen Höchstpreise erzielen. Zudem sollen sich drei ihrer Gemälde im Centre Georges Pompidou befinden. So, das war es für heute mit der ersten Ausgabe von Cooles Filmwelt im Rampenlicht. Ich hoffe, dass euch dieses Format bis hierher gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte mal einen Like da, damit ich weiß, ob ihr euch noch mehr solcher Lebensläufe von mir wünscht. Ja? Es war in dem Fall, also zu Einer und Gerda Wegner, recht schwierig, überhaupt noch Informationen zu finden, da leider vieles durch Kriegswirren etc. unwiederbringlich verloren gegangen ist. Und dennoch, und gerade deshalb, hoffe ich sehr darauf, dass ich euch trotz allem einen guten sowie interessanten Einblick in das Leben und Wirken dieser beiden Menschen gewähren konnte. Daher wäre ich euch auch enorm dankbar, wenn ihr eventuell einen kleinen Kommentar hinterlassen könntet, wie ihr das Ganze empfunden habt. Hinterlasst mir auch gerne Anregungen und Wünsche, wenn ihr mögt. Diese Folge im Rampenlicht war eine Einstimmung auf meine nächste Filmrezension, welche ergo The Danish Girl sein wird. Da der Film in einigem jedoch abweichend ist, war es mir wichtig, euch die wahren Fakten zu Lili Elbe und Gerda Wegner mit auf den Weg zu geben. Zudem fand ich, wie bereits eingangs erwähnt, die Biografie beider sehr interessant und spannend. Wie dem auch sei, für heute verabschiede ich mich von euch. Wenn ihr mögt, würde ich mich riesig über ein Abo für cooles Filmwerk freuen und wenn ihr immer gleich in eurem Newsfeed auf YouTube sehen möchtet, dass wieder ein Video von mir angegangen ist, vergesst nicht, die Glocke neben dem Abo-Button zu aktivieren. Bis dahin sage ich nun erst einmal Salüya bentou mesami. Vielen Dank.